Hey Leute, wir haben ein Paket bekommen und ja, freut und like gerne für weiteres und fangen wir zuerst einmal mit dem ersten Gericht oder zum Essen im Paket an. Das sind nämlich Cornflakes in Erdbeer, Apfel, Grottengeschmack, also sehr gesundes Proussons mit Marmeladenkirchfüllung. Jeder seins, denke ich, aber ich mag zwar keine Marmelade, aber Honig für mich. Brezeln, die sehr kleinart worden sind, die nach Pizza schmecken, finde ich schmecken ein bisschen Gewürz, wie Pizza halt auch schmeckt. Zwei Art Zwiebelentüten Chips für mein Vater. Ich weiß nicht, was das ist, aber ich denke, es sind Zwiebeln, weil ich habe es vergessen. Auf jeden Fall haben wir kein Babybar. Milchbrei geht immer für Babys. In dieser Pappe, die mein Vater hält, ist dieses, was er in der Hand hatte, dieses Schokoladenfrucht-Dings da, was man aus Brot schmieren kann zum Beispiel. Und Orangene Smarties mit Schokolade, gemix Orangene Smarties, Schokolade. Kalte Kokosnussmilch, bio. Schmeckt für meine Familie nach Wasser, für mich nach kalter Kokosnuss. Unsere Geschmäcke ändern sich dabei schon sehr. Ja, dann auf jeden Fall Kuchen, Chips, Schokolade. Und ich finde es cool, dass man aus Koffeln Nudeln macht. Ich glaube nur aus der Schale, Pelle, wie auch immer. Schafes hat sich gefahren und bis zum nächsten Mal. Bye! Bye! Bye!